Gut, danke. Gut, danke ist eine schöne Ausdrucksweise. Wenn jemand dich etwas fragt, ob du ihm etwas tun kannst, oder ob er für dich etwas tun kann, kannst du sagen, gut, danke. Oder wenn jemand fragt, ob das ausreicht, kann man sagen, gut, danke. Im Allgemeinen ist es gut, das anzuerkennen, was Menschen tun, und es ist auch gut, sich zu bedanken. Indem man anderen Wertschätzung schenkt und sich öfters bei ihnen bedankt, ist eine Grundstimmung der Verbindung und der Freundlichkeit möglich. Und wenn eine Grundstimmung von Verbindung und Freundlichkeit da ist, dann kann man sich gut miteinander austauschen, und dann ist auch einmal kritisches Feedback möglich, und es fällt auch leichter, den anderen um etwas zu bitten. Gefällt dir das Ganze? Ja, gut. Danke, dass du zuhörst.